Genau. Oh Gott, hoffentlich gibt's ein gutes Auto. Oh. Sonst nehm ich auch die Abkürzung über die Klippe. Ja, guck mal. Ne, das sieht nach Motorrad aus. Oh, okay. Ich brauche wieder Verzug. Vor allem, wie die Farbe einfach nur heißes Pink heißt. Mhm. Geil. Richtig geil. Richtig geil. Mach mich super geil. Nimm das Double, man. Double. Double. Guck mal, der sieht sogar aus wie aus den 80ern angezogenen Typ da hinten. Seid ihr alle ready? Ihr müsst bestätigen drücken. Ready to rammel. Guck mal da hinten. Da ist ein Waschbär als Kopf. Ja. Alter, wie geil, ey. Waschbär mit dem Overroll. Oh, ne. Ey, die haben Waffen angeschalten. Nur mal so. Oh, ne. Was? Nein. Oh. Oh, Mann, oh. Das wird jetzt lustig. Voll Link-Raketenwerfer, euer Scheiß-Erst. Ist klar. Was, ernsthaft? Ach, das kann sein, dass es so ein Dingsrennen ist, wie Twisted Metal. In GTA-Rennen. Nee, aber da gibt's auch so Rennen, wo du dann so Waffen einsammeln kannst. Das heißt, in GTA-Rennen. In GTA-Rennen. In GTA-Rennen. Warum bin ich jetzt so weit vorne? Nein. Ja, da werden wir direkt abgeballert. Uh, Alter, wie viele Leute. Krass. Wir sind Pl Tropfen drehen. So, die kriegen wir Plattformen. Balanzino Rossi hier. Ich weiß ich nicht wie man schießt die Scheiße hier mit dem Controller. Euer? Sch histogramma, ich hab gar keine Ure. Hier sollst Du ja auch keine Scheiße schießen. Hier, R1, schießen. Hier, lightaz und leid. Was bin ich? Ich keine Waffen. Du musst die einsammeln. Achso? Ist ja Mario Kart hier. Alter, ich hätte gern einen Pilz. Na dann werde ich schneller fahren. Und ich schieße mit Schildkröten. Keine Bananenschale. Die kannst du auch nach hinten rauswerfen. Und nach vorne schießen. Geil, machen wir. Aber stimmt nicht, ich bin voll langsam. Wie wirft man denn die scheiß Waffen? Der Chris plays Browser. Du schießt schon auf mich, Onkel. Ich bin gerade am überlegen, wie man hier die Waffen einsetzt. Also ich fahr mit meinem Fahrrad hinterher. Alter, ich will nicht telefonieren. Na fahrradknapp, mit BMX. Oh, scheiße, ich bin falsch gefreut. Doch, Onkel. Über den Wolken. Scheiße. Hallo? Wow, ist er das? Meine Fresse, ich bin so ein vollidiot. Drück die F-Taste, Onkel. Dann kommst du sofort wieder auf die Bahn. Ich fahr aber mit Controller. Ja, dann kannst du trotz, dass du da hinten abschießen kannst. Dann ändert sich das gleich wieder um. Also ich kann keinen einholen. Ich hab hier den Klick vor mir, den Host. Und ich versuch den gerade ein bisschen anzustupsen, dass er dann das Spiel verlässt. Und dann fahren wir alle raus. Und wo kann ich jetzt trotzdem die Waffe auswählen? Nach Chris Plächer. Die Waffe hast du unten, du kannst mit, spielst du mit Controller? Ja. Dann mit R3 kannst du schießen. Oh, ich hab eine Rakete. Du bist ein Hurensohn, Alter. Er hat 3-Kirchen. Er hat einen verfickt da. Echt? L3, meinst du? Ja, L3 drauf tippen. Also, Rupen, kurz. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Meine Kar ist voll langsam. Das ist voll für'n Arsch, ey. Ich hab mir gedacht, wir fahren hier Gelände. Meine Karre hat auch keine Lust. Chris Plächer, du hast heute immer die falsche Wahl, ne? Was, wie kann ich die Rakete schießen? Mit L3. Seid ihr jetzt klar, ey? Ja, mit L3, du bist beim Witzbolt. Komm, Max, ich hab die L3-Taste. Wo ist die Endy-Key-Taste? Ja, genau, ich hab hier meine Waffe. Mittelfinger ist meine Waffe. Ja, jetzt sag doch mal, wo kann ich schießen? Welche Taste ist das? Die Dicke. Die Dicke. Den linken Stick reindrücken. Ah. Ah, ich werd beschossen von der L1. Ah, meine Rakete, du Drecksack. Hallo, du Schock! Ich brenn. Ja, wie kann man schießen? E. Ach, E, ja. Zu spät. Aha, Oli. Boah, du bist so ein Drecksack, ja? Ich war Zehnter und bin immer noch Zehnter, danke. Oh, er liegt immer drum. Boah. Oh, er liegt drum. Ja, man wird durchgereicht, ne? Man wird durchgereicht hier, ne? Ja, man wird durchgereicht. Die Dicke, der darf mal anfassen. Hahaha. Aha. Oh nein, der, ich hab hier so'n Ra... Oh. Oh. Oh nein, auch gegen die Lampe gefahren. Oh nein. Oh, ich bin so weit hinten, weil ich schon von zwei Raketen abgefetzt wurde. Und noch einer! Ey, von hinten! Boah, Crisplay, du Drecksack. Wow, da hätte mich fast einer getroffen mit Rakete. Alter. Das war ich wahrscheinlich. Ja, ja. So, der erste ist schon durch. Ja. Bin aber schon unten durch. Schaut jetzt zu. Nur der Mond. Schaut zu, was? Nein, nur der Mann. Mann, ey. So. Wer ist denn da hinter mir? Ich? Immer noch. Ja, bitte, ähm... Nein! Zieh dich. Au! Alter. Kann ich die Rakete auch nach hinten schießen? Ja, musst du nach hinten gucken und dann schießt. Oh, ich bin vom Moped gefallen. Ist das schlimm? Äh. Wenn du die Frage stellst, musst du immer mal ein kleines Stück warten. Ach komm, jetzt heb die scheiß Maschine wieder auf. Ich weiß nicht, welche Tasse das ist. Kann ich denn nochmal nach hinten gucken? Mit R3. Ja, witzig. Hey, was für eine Kacke. Das stimmt ja. Oh Mann. Wee. Gabax. Hashtag Gabax. Aha. Im Chat. Im Endeffekt ist es deine Schuld, du hast keinen richtigen Server aufgemacht. Echt mal Gabax, du kannst gar nix. Äh. Was? Genau, ich mach einen GTA-Server auf demnächst. Ja. Dafür kommt der Arc weg. Ich hack die Lobby. Da sag ich mal Rockstar hier. Geht jetzt mal bitte auf meinen Server. GTA-Survival Evolved. Ja, genau. Er packt auch die 50 Millionen Besucher. Oh, ich hab nie beendet. 50 Millionen Besucher. Also ich hab jetzt ein paar Namen gelesen. Also ich hab ja einen Überblick. Du hast einen Fanboy. Hunting Stone auf jeden Fall. Aktiv ich. Gamer, ja. Ich, 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 ich. Ja, ist doch klar, dass jetzt alle ich schreiben. Das war clever. Es haben jetzt noch 81 Leute, ähm, durchgehalten, sehe ich gerade. Seid ihr jetzt noch drin oder geht ihr jetzt raus? Kronkh. Nein, Quatsch. Was ist der Kaka Mikatze? Nee, Mikatze. Machen wir noch eins? Nein, der muss ja auch mal Feierabend machen, die arme Jürgen Mann hier. Ja, dann machen wir jetzt Ende oder wie oder was. Guck dir mit Chris mal an. Wir müssen jetzt gerade nochmal ein Rennen reingehen. Ja, Chris kann gehen. Wir machen weiter. Der kann das nicht laufen lassen. Wir lassen ihn laufen. Wir machen noch ein bisschen weiter, genau. Na, der Stream kann laufen, er kann ins Bett. Ihr gebt einfach Gavax seine Account an. Ich würde sogar sagen, der Gemüse sagt, danke für den 12-Stunden-Stream. Ich übernehme, ich übernehme, ich übernehme, ich stream bei mir weiter. Kannst du haben, schätze ich mal. Oder bei Dan und Oli. Das ist jetzt hier, geht ja online, zeige deine Liebe, was? Teig uns deine Liebe. Feier den Valentinstag mit der Auswahl an neuer Kleidung, was? Mobile Player 92 war von Anfang an dabei. Ich feiere den Valentinstag in GTA. So sieht es aus. Das ist auf jeden Fall echt krass, die die ganz von Anfang an dabei waren. Der Chat muss in der Welt sein. Malel war von 13 Uhr an dabei. Malel! Ich weiß nicht, der Chris-Player scheint... Die Luna ist so. Echt Komödie anzuziehen, die seltsamen Namen haben. Da kann man nichts anändern. Ich war 5 Minuten nach Start da. Wer war denn 5 Minuten vor Start da? 13 Uhr. Luna, heißt der Horst? Warum eigentlich? Weil du die Auserwählte bist. Weil du die beste Fahrerin bist. Ja, genau. Hashtag Hunting Stone sagt, Chris-Player-Streamer hat mich abgeholt. Ja, genau. Finde ich gut. Oh, scheiße. Da guckt jemand auch fleißig die Videos. Der Chris raus. Bei Chris hat es ein Ende gefunden. Oh, Chris, ich will dich ja über 30 Sekunden verzugert. Aber du siehst müde aus. Oh, nicht alles okay. Müssen wir mal gucken. Müssen wir jetzt noch die anderen einladen oder können wir jetzt auch starten? Ich meine, Luna, Horst, kannst du nicht starten? Äh. Werf mal die beiden anderen Außenwäldler raus da. Das sind ja nicht beide, sondern noch mehr. Bist du wieder noch aufgeregt? Ja, alle raus. Alle raus, die nicht gelistet sind. Hallo, Ballista, jawohl. No, Lukas, der schreibt, Chris, geh lieber ins Bett, sonst gehst du noch kaputt. Na, ich guck grad, äh. Boah, der eine ist... Was passiert eigentlich, wenn man Ausrufezeichen Social eingibt? Oh. Oh, ist mein Täter noch? Dann sieht das, ähm, Zuckerberg auf seinem Computer. Der fühlt sich gedisst. Mach mal einer, gib mal einer, äh, Social ein. Ausrufezeichen Social. Oh, du siehst gar nicht glücklich aus. Ah, das war das. Okay, 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 okay. Der Animal, Dingswimster. Alles Social eingeben. Ja, sag ich doch, Facebook. Okay, pass auf. Ich hab hier ne coole Liste gefunden. Wo man auf jeden Fall sieht, wer, äh... Ach, guck mal, ich bin auf Platz 9. Woo! Wie geht das denn? Achso, die waren schon vorher im Chat aktiv. Ja, wahrscheinlich. Und ich würde sagen, fairerweise kriegt es der, der auf Platz 1 ist, oder was? Hm. Jemand mit 1.261 Nachrichten heute. Was? Wie ist das denn auch anbietet? Also pass auf, wir haben, unter anderem, ich lese dir jetzt mal random vor, damit er ja nicht gleich feststeht, aber wir haben hier, Ixona, ähm, ist auf jeden Fall am längsten dabei. Ninjas am längsten dabei, Mobile Player ist am längsten dabei, Hunting Stone, Gamer LP, äh, Dintzy Kumpan, Look Chris Play ist dabei, Colors Creeper ist dabei, The Animal, das Tier ist auf jeden Fall lang dabei, und Sabrina, okay, guck mal, Level 2, äh, Gordon Freeman ist auch sehr lang dabei, vielen Dank. Newsletter, joa, Lupus Nox, wer hätte das gedacht, Jenny auch, Glissaw, okay, pass auf. Als Belohnung, aber ich kann das ja auch nochmal zeigen, kann man das eigentlich einblenden, warte mal. Was denn, ist die Belohnung, erzähl mal. Krieg ich doch bestimmt gebacken, warte mal. Wie geht's halt an den Gewinner, ist doch gar keiner festgekommen. Oh Gott, Autofahren, ich bin unter, das ist ja toll. Doch, und zwar. Och, mein Auto hat gar keinen Bock zu fahren. Oh, Rewaar. Hey. Ich weiß nicht, ob man das auswählen kann. Komm mal, ich mach mal her. Die Elf, genau. Gabart. Boah, da krieg ich mir genau eine Reihen an. Drei. Ich gar nicht, dass es angezeigt wird, aber ich probier's mal. Drei. Zwei. Eins. Herzlichen Glückwunsch. Ach, es wird nicht angezeigt, guck mal. Okay, pass auf, wir machen was anders. Alter, was ist denn so eine Karre hier? Hier wird ich nicht angezeigt, dann machen wir's anders. Was? Drei. Nur eins. Herzlichen Glühstrom. Alter, du scheiße. Was ist eigentlich nicht mehr? Was hat er gewonnen? Und, oder? Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Und was hat er gewonnen? Platz eins hat gewonnen. Ja, aber was? Wer ist denn der Platz eins? Wer ist denn der Platz eins? Ja, ich, ich, ich. Was hat er bekommen? Du, der war wirklich von der Anfang an. Wer hat ihn jetzt, wer hat ihn jetzt nie gewonnen? Ich hab das, wenn Dali das gesagt hat, dann hab ich das nicht verstanden. Keiner weiß, was er gewonnen hat. Und alle sind auf uns. Okay, ich mach's dir direkt. Eine Runde, wo mit Chris. Nein, pass auf. Okay, der Erste hat gewonnen, oder was? Genau. Aber... Oh, ich hänge fast. Also GamerLP hat gewonnen. Ah, cool. GamerLP hat gewonnen, genau. Er hat sich einen Glückwunsch zu einem Strumpf. Weil, wie gesagt, soll er auch, äh... Was hat er denn gewonnen? Gerecht sein. Getrag nur Strumpf. Einfaches in Händeladruck. 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 Wie viel? Tausend. Respekt. Du bist ein... Ja, gut, der hat er auch... Du wirst persönlich eingeladen zum nächsten Livestream. Woooo. Ja, genau. Haha. Da kann er auch... Ey, warum haben's da mehr vor uns? Da kann er mich auch mal anschreiben. Da kann er mich auch mal anschreiben. Warum machst du das? Da sind bei mir auch mal da auf dem Channel. Wieso? Ja, der Christus war es doch nicht so spannend. Ich will mir ganz schön noch durch. Gamer hast du es verdient. Ihr wisst doch noch gar nicht was. So fährst. Gamer, was hast du so für ein PC, wenn der schon Gamer LP heißt? Was hast du so für ein PC? Komm mal so auf jetzt, ja. Alter, jetzt. Jetzt geht's los, ja. Danke, ich hab dich auch lieb. Hast dich. So, auf jeden Fall besser als die anderen Preise davor. So sollte es ja auch sein. Deswegen hab ich den ja auch bis zum Schluss aufgehoben. Und er war auch wirklich von Anfang an dabei. Das stimmt, ja. War er. Ist er auch. Ich weiß noch, kurz vor 12 war er schon dabei. Weil er wirklich konnte auch, wo er gezählt hat. Nicht so cool, weil der. Er hat schon gezeltet vorher. Er hat schon gezeltet vorher. Ah, scheiße. Hast du gelesen? Nicht so gut, leider. Ist er ein PC. No, das ist schlecht. Wieso willst du ein Spiel geben, was er nicht spielen kann? Dann schenk ich noch ein PC. Ein Nickelnagel 9. Nein, 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 nein. Irgendjemand ist noch hinter mir. Okay. Ich bin hinter dir. Oh, diese Stimme. Der kommt immer näher. Oh, diese Stimme. Kabaks? Die Frage ist halt wie gesagt, wenn du nicht so gut einen PC hast, ob das jetzt Sinn macht oder ob du dann sagst, okay, du gibst das dann jemand anderen. Dann sag's doch. Ey, er bekommt einen neuen PC. Ja! Mit, 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 mit dem Monitor. Er bekommt aber einen neuen, meint er. Mit dem Monitor. Und eine Maus. Oh, fail. Ah, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, du Drecksack. Oh, ich hab's geschafft. Was denn? Ich bin, er hat mich gedreht vorm Ziel, dann hat er mich ruckwärts reingedauert. Ja, Far Cry Primal. Far Cry Primal. Wenn du Bock drauf hast. Oh, nice, nice game, auf jeden Fall. Geiles Spiel. Ist auch ein geiles Spiel. Kannst du einen Mammuts jagen. Funds richtig gut. Ein Säbelzahntiger. Und ja, das kommt aus meiner eigenen Tasche. Ist nicht gesponsert. Respekt. Riecht toll. Ja, dass du was machst. Ey, der Waschbär hat gewonnen. Gern, sagt er. Das macht dir die Dummste noch was draufgepackt werden. Ey, ich war der Beste von was. So. War man da, war man. Zack. Nice war's. Message. Ja, ich hatte dich fast gehabt, Darlie, aber. Ist nicht. Dann war da mal wieder so eine Leitplange. Ich wollte dich abdrängen und er hat mich selber abgedrängt. Das Gute war auch bei ihm. Er wurde schon zweimal ausgewählt und hat sich für die Preise gar nicht beworben. Seltsam. Alter Cheater. Aber korrekt. Okay. Sendeln. So, du hast auch eine Game. Sollte ich jetzt ins Bett gehen. Du hast auch eine Nachricht von mir bekommen. Ähm, alle anderen, die ihre Preise noch nicht haben. Ihr habt auch eine Nachricht, falls ihr die noch nicht gesehen habt. So. Hm. So, wir haben jetzt eigentlich noch einen Test. Hallo. Hallo. Wollen wir noch ein bisschen, ein bisschen quatschen oder was, bevor dann Ende ist? Mal Ende, damit wir endlich diesen, ähm, das Offizielle damit abschließen und überhaupt perverse Sachen reden dürfen. Ja, ehrlich. Ja, ehrlich. Ja, ehrlich. Ja, ehrlich. Ja, schon nachts, 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 nachts und dann geht es um Zeit, ne? Habt ihr die Gummihandschuhe? Ich mach' heute noch für sieben Uhr. Abends. Sieben Uhr ist schon vorbei. Nein, warte ich. Äh, nachher kommt noch. Ist ja nicht der Stream. Guck mal hier. Nächste Frage. Wat find'n Ding? UFC kommt nachher noch. Agario. Aus Las Vegas. Alter, auf die Fresse hauen. Ja, richtig. Wie haben wir's denn überhaupt? Ninja sagt, ich bin todmüde, ich geh' dann auch jetzt. Okay. Schlaf gut. Null Uhr 34 und zwölf Sekunden. So, also Chris Play, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Nochmal so, ne? Dein Ding. War sehr cool, dass ich die Einleitung bekommen hab' und ja. Auf jeden Fall, von meiner Seite auch. Spätestens in zwei Wochen. Und dass ich die GZ mal abknallen durfte. Ich hab überhaupt keine Einleitung bekommen. Ich hab überhaupt keine Einleitung gekriegt. Ich auch nicht. Ich bin einfach gekommen. Ja. Die Tür stand offen. Und auch die anderen kennenzulernen, mit denen wir noch nicht gezockt haben. Auf jeden Fall. Genau. Alle richtig nette Leute hier. Auf jeden Fall. War richtig lustig. Das junge Mädel, also die Luna, die kenn' ich jetzt noch nicht, aber ähm. Ne, du hast noch ein Spieler, der Tim, ne? Mich kann das auch noch nicht. Ne, mich kann das auch noch nicht. Ja, also der Dalai, der ist so'n fieser Schnitzer, ne? Aber die anderen sind alle cool. Also, okay. Alle Typen. Ich sag mal. Ich bin halt der Quotentürke, Gabax. Weißt du? Sonst du dich da als Rassist, der Chris. Schreib' mir einfach an. Ist mir egal. Genau, Dalai ist der Quotentürke. Wenn du, wenn du, wenn du über tausend oder über eine Million Abonnenten hast, dann bin ich dabei, ne? Ja, auf jeden Fall viel, vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Von Anfang an vor allem. Voll krass. Ihr habt voll durchgezogen. Vielen Dank. Und natürlich auch an alle, die dabei waren. Und, äh, ja. Echt grad ne voll scheiß Zeit, um zu beenden. Ne, das hast du jetzt selber eingebrockt. Los. Was wir jetzt machen? Kinder und Interseite. Kinder und Interseite, da ist immer was los. Was wir jetzt machen? Zwölf Stunden weiter. Wir können Pokerstars spielen. Ja. Oh ja. Sag mal, sag mal. Ey, hallo und herzlich willkommen zum Livestream. Jetzt geht's los. Ne, du brichst jetzt ab. Das war's jetzt. Das ist das Ende. Was ist mit dem Hoppenkern, Chris Play? Jetzt riecht's zu Ende. Warte. Der Junge kann nix fänden. Das wird super. Aber, die Frage ist, ob's klappt. Wir sind alle.